Die Perfektion, die kann man aus der Distanz bewundern, aber die kann man nicht lieb haben. Darum würde es mich auch gar nicht wundern, wenn sich Angelina Jolie in den intimen Momenten ihrer Ehe vorstellt, dass ich es bin. Ist das da Ihrer? Ja, das ist Paul. Der kann ja gar nichts. Hallo? Der ist gerade mal fünf Monate alt. In der Wildnis wäre keine Dreitalter. Ich passe schon auf, da brauche ich Sie nicht für. Die Giraffenmutter, die zwingt ihr Jus bereits drei Minuten nach der Geburt zum Laufen. Das kann man doch nicht vergleichen. Wieso sind Sie dünfer als eine Giraffe? Also, sowieso hier mal diese Nummer mit, die besten sterben Jungen. Nee. Das kann doch jeder irgendwie, weiß ich, einmal kurz eine CD aufnehmen oder irgendwie einen kurzen Film aufnehmen und da als Rebell bedeutungsvoll in die Kamera gucken. Und dann wickelst du dich aber sofort am nächsten Baum und sagst, naja, das könnt ihr euch denken. Aber zum 3.758. Mal vor dem Supermarktregal stehen und sich überlegen, nehme ich jetzt heute mal den Streichgäse oder die Gesichtsungkost. Und sich dabei den rebellischen Grundgedanken bewahren. Das sind nämlich die Besten. Ich glaube, ich finde keine Arbeit, weil ich keine suche. Ich möchte das auch nicht. Ich sage ja zur Vollbeschäftigung. Aber bitte nicht mit aber. Das Rimm ist schön. Vielleicht nicht immer gerade da, wo man ist. Aber es fahren ja Busche. Ich weiß, es ist nicht nur ein Traum in einem anderen Büroraum. Und da warten Rad, Kaffee und Licht die ganze Nacht. Und nur auf mich. Es brennt doch Licht. In der Lesbanberatung. Und dir geboren. Da brennt das Licht. Der war auch für dich. Such weiter. Du bekommst heut Nacht noch einen Rat. Und morgen sind alle müde, aber glücklich. Morgen sind alle glücklich. Und das war ein Blutvon. Und ausreichend. Die eine ist, wir können's jetzt schon so verbringen. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank.